Hallo, willkommen bei Hegi. Heute ist unser Trainingspartner ein Stuhl. Ich wünsche dir viel Spaß. Und wir starten gleich mit dem Aufwärmen. Kinn zur Brust, Kopf in den Nacken. Noch einmal. Dann blicken wir abwechselnd nach links und rechts über die Schulter. Und nun Ohr Richtung Schulter. Wir wärmen die Halswirbelsäule gut auf. Dann kreisen mit den Schultern dreimal zurück. Große Kreise. Und nun in die andere Richtung auch dreimal. Wir atmen dabei ruhig. Ein und aus. Dann stellen wir die Füße etwas breit auseinander und strecken, abwechselnd den linken und den rechten Arm über den Kopf. Und dehnen die Seiten auf. Einatmen, ausatmen, beugen. Einatmen Mitte, ausatmen, strecken. Und noch einmal auf einer Seite. Als nächstes machen wir sogenannte Armscheren. Wir schwingen die Arme nach hinten, nach oben. Abwechselnd links und rechts schön aufmachen. Dann bringen wir Hände und Ellbogen zusammen und rotieren mit dem Oberkörper. Die Hüfte bleibt nach vorne gerichtet. Und jetzt ziehen wir die Ellbogen weit nach hinten. Die Hüfte darf sich jetzt mitdrehen. Als nächstes schwingen wir die Arme nach hinten und drehen uns noch weiter. Blick folgt immer der ausgestreckten Hand. Dann strecken wir uns nochmal Richtung Decke und Richtung Boden. Einatmen, nach oben, ausatmen, nach unten strecken. Noch zweimal. Richtig die Wirbelsäule strecken, Schultern weg, abheben und runden Rücken nach unten machen. Super. Machen wir noch ein paar Kreise mit den Hüften. Schöne große Umdrehungen. Drei nach links und nach rechts. Genieße diese Bewegung. Es soll sich gut anfühlen. Dann machen wir einen großen Schritt zur Seite. Und beugen und strecken abwechselnd das linke und das rechte Bein. Wirbelsäule bleibt gerade. Als nächstes machen wir quasi so die Startposition und dehnen uns nochmal auf. Und auf der anderen Seite das gleiche. Dann schließen wir die Beine. Und in dieser Haltung machen wir den Oberkörper nochmal schwer. Gerne auch etwas nach links und rechts pendeln. Und wir rollen uns dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Und wieder nach oben strecken. Ich hoffe, du bist jetzt ausreichend aufgewärmt und wir starten unser Workout mit unserem Sportpartner, dem Stuhl heute. Die Füße stellen wir zu einem leichten V und gehen in ein Atmen tief, ausatmen, nach oben. Möglichst tief und wieder nach oben strecken. Möglichst langsam, gleichmäßig. Gleiches Tempo nach unten und nach oben gehen wir mit gespreizten Knien in die Hocke. Versuche, dass dein Rücken dabei möglichst gerade bleibt und deine Po-Muskeln sind fest angespannt. Und noch dreimal, du schaffst das. Einatmen, du kommst tief. Ausatmen, nach oben. Ein letztes Mal, möglichst tief und wieder nach oben strecken. Gut gemacht. Wir lockern die Beine kurz aus. Und gehen zur nächsten Übung über. Wir stellen uns etwas näher zum Stuhl und nun drehen wir das rechte Bein leicht nach außen. Und mit möglichst gestrecktem Bein machen wir ganz kleine Bewegungen nach hinten. Sogenannte Arabesk im Ballett. Und wir machen das zehnmal auf der anderen Seite. Fuß ganz locker oder im Flex. Kontrollierte Bewegungen. Und wir atmen gleichmäßig. Super. Als nächstes stellen wir uns etwas weiter entfernte hin. Wenn du dich mit geradem Rücken nach unten beugst, sollen deine Finger gerade so dieses Länge erreichen. Nun versuche mit den Händen die Stuhllehne kräftig nach unten zu drücken. Das ist gut für die Rückenmuskulatur. Der Körper ist an der Hüfte um 90 Grad quasi geknickt. Und versuche richtig kräftig die Lehne nach unten zu drücken. Wir stellen uns jetzt zeitlich zum Stuhl und heben das äußere Bein mit einer Drehung nach vor und zur Seite. Ich atme hier ein, 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 aus, aus. Du kannst auch jedes Mal ausatmen, wenn das Knie nach oben kommt. Für kräftige Oberschenkel und eine gute Taille. Super. Wir wechseln nun auf die andere Seite. Stell den Stuhl wieder um. Und jetzt hoch, Seite. Noch acht Mal. Du schaffst das. Bring immer das Knie möglichst 90 Grad nach oben, sodass es parallel zum Boden ist. Und Becken gut öffnen. Super. Wieder kurz auslockern. Wir stellen uns wieder etwas weiter weg vom Stuhl. Und mit dem Einatmen geht das rechte Knie nach vor. Und ausatmen geht der Fuß zurück. Einatmen, ausatmen. Hier möglichst das Knie weit nach vorne bringen. Der Rücken bleibt aber während der gesamten Übung möglichst gerade. Auch wenn du dann das Bein nicht mehr so weit nach oben und hinten bringst. Super. Wir wechseln nun auf die andere Seite. Einatmen, ausatmen, nach hinten strecken. Noch sieben Mal. Einatmen, ausatmen, strecken. Schöne Haltung dabei. Kraftvolle und kontrollierte Bewegungen. Gut gemacht. Als nächstes, wie könnte es anders sein, wenn wir mit einem Stuhl als Fitnesspartner trainieren. Wir tun so, als ob wir uns niedersetzen. Und einatmen, tief. Ausatmen, nach oben kommen. Wenn wir uns niedersetzen, schwingen die Arme nach vor. Und wenn wir nach oben kommen, leicht zurück. Schulter bleiben tief. Wirbelsäule möglichst gerade. Einatmen, antäuschen. Und ausatmen, wieder hochkommen. Noch vier Mal. Du schaffst das. Auch wenn die Oberschenkel schon leicht brennen und sich bemerkbar machen, dass sie trainiert werden. Noch ein letztes Mal. Einatmen, tief. Ausatmen, nach oben kommen. Super. Kurz auslockern. Als nächstes setzen wir uns jetzt wirklich auf den Stuhl. Und wir machen eine seitliche Drehung. Einatmen, ausatmen, zur Seite drehen. Blick geht über die Schulter. Blicke möglichst weit nach hinten. Beide Hände ganz auf die Lehne legen, um die Drehung noch zu verstärken. Ruhig und gleichmäßig weiteratmen. Dabei auch im Kopf mitdenken. Einatmen, zur Decke strecken. Und ausatmen, leicht drehen. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir wieder nach vor. Und beim Ausatmen drehen wir uns auf die andere Seite. Wir atmen wieder ruhig und gleichmäßig. Beim Einatmen versuchen wir uns noch mehr Richtung Decke zu strecken. Die Wirbelsäule möglichst gerade. Und beim Ausatmen noch ein Stückchen weiter nach hinten drehen. Und beim nächsten Einatmen blicken wir wieder gerade aus. Wir bleiben weiter im aufrechten Sitz. Nun strecken wir die Beine nach vorne. Und versuche diese zu überkreuzen. Der Bauch ist leicht dabei eingezogen. Die Beine sind schön durchgestreckt. Super. Wir lockern nochmal kurz aus. Nun kommt eine meiner Lieblingsübungen. Wir strecken die Beine. Und jetzt versuchst du mit den Händen dich mitsamt dem Stuhl anzuheben. Wirst spüren, dass die Nackenmuskeln werden schön gestreckt. Mit gerade Wirbelsäule im aufrechten Sitz ziehst du richtig mit den Händen den Stuhl zu dich heran. Und wieder lockern. Als nächstes folgt eine tolle Übung für starame Bauchmuskeln. Wir setzen uns etwas weiter nach vorne. Die Hände umklammern die Linie. Und die Beine heben wir geschlossen an. Und du kannst diese Pose nun so versuchen zu halten. Oder du öffnest und schließt nun leicht die Beine. Möglichst ruhig atmen. Und wieder lockern. Super. Wir machen nun noch eine weitere Bauchübung. Dazu setzen wir uns möglichst am Rand vom Sessel. Du musst selber irgendwie ausloten, dass sich ein gutes V ausgeht. Und nun versuchst du wieder die Beine zu überkreuzen. Diese Pose ist nun schon etwas anspruchsvoller. Du kennst dieses vielleicht aus dem Yoga, das Boot. Aber auf dem Sessel ist es euch noch eine andere Herausforderung. Nun stelle ich den Stuhl wieder um, damit ihr mich besser sehen könnt. Und zwar zur Seite. Wir machen eine Übung für die gute Haltung. und schwingen nun das äußere Bein noch vor und zurück. Einatmen, ausatmen. Wir schwingen das Bein aus der Hüfte heraus. Kontrolliert in beide Richtungen. Möglichst schön gleichmäßig. Einatmen, ausatmen. Super. Das gleiche auf der anderen Seite. Die freie Hand kann einfach locker mitschwingen. Und versuche hier einen stabilen Stand. Der Rücken bleibt immer gerade. Kurz auslockern. Super. Wir stellen nun den Stuhl vor uns hin. Wieder etwas weiter weg. Damit wir die Arme schön durchstrecken können. Und noch genügend Bewegung für die Beine haben. Wir machen nun Schwimmbewegungen mit dem Bein. Einatmen, ausatmen. Nach hinten strecken. Möglichst die Hüfte öffnen. Das Knie möglichst weit hoch zur Seite. Je nachdem, wie beweglich du bist. Aber suche das Maximum rauszuholen. Und in die andere Richtung. Möglichst hoch das Bein. Das Knie soll immer möglichst weit nach oben bleiben. Und der Rücken während der ganzen Übung gerade. Super. Kurz auslockern. Wir wiederholen die Übung auf der anderen Seite. Wieder mit geraden Rücken. Einatmen, ausatmen. Nach hinten strecken. Wieder gerader Rücken. Versuche auch das Gesicht zu entspannen. Verkrampf dich nicht dabei. Dann zehnmal wieder mit Richtungswechsel. Und lächle mal zwischendurch. Versuche das Standbein möglichst gerade zu halten. Und letztes Mal. Super. Wieder auslockern. Gut gemacht. Jetzt stellen wir uns wieder etwas näher zu dem Stuhl. Die Hände geben wir wieder auf die Linie. Die Füße stehen auseinander und zeigen nach außen. Nun gehen wir mit geradem Rücken möglichst tief in die Hocken wieder hoch. Einatmen, tief. Ausatmen, wieder nach oben kommen. Ziel ist möglichst, dass die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Die Knie sollen dabei aber nicht über die Zehen drüber gehen. Super. Noch einmal. Einatmen, ausatmen, hochkommen. Super. Wieder auslockern. Dann stelle ich den Sessel wieder etwas in die Mitte. Diese Übung streckt und dehnt. Aber ist auch quasi ein Feind aller Hüftpölsterchen. Wir stellen einen Fuß auf die Stuhlfläche. Die Fersen sollen etwa parallel auf einer Linie sein. Und mit den Händen versuchen wir das andere Bein möglichst ganz weit unten zu umfassen. Einatmen und beim Ausatmen entspannen, nachgeben. Dorthin atmen, wo es spannt und zieht und zwickt. Super. Beim nächsten Einatmen wieder hochkommen. Und wir wechseln auf die andere Seite. Wir stellen wieder einen Fuß auf die Stuhlfläche. Öffnen die Hüften dabei. Und mit dem nächsten Ausatmen beugen wir uns vorne über. Und atmen gleichmäßig ein und aus. Versuchen bei jedem Ausatmen loszulassen. Der Körper darf nachgeben. Wir konzentrieren uns auf die Atmung. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir wieder hoch. Als nächstes kommt der Trizeps dran, dass wir ihn trainieren. Dazu sitzt du dich möglichst knapp auf die Schullinne. Und versuchst eine gute Position zu haben. Stütz dich ab. Und jetzt kommen wir tief und hoch mit dem Oberkörper. Also stell dir die Wiebelsäule möglichst eine Linie vor. Und die bewegt sich auf und ab. Einatmen tief. Ausatmen, nach oben kommen. Und je tiefer, desto gehst du natürlich, desto anstrengender ist es. Letztes Mal. Und wieder hinsetzen. Super. Gleich die Arme entspannen. Dehnen. Die Hände gestreckt überkreuzen. Die nächste Übung kennst du bestimmt. Am Radfahren. Aber die soll mal anders. Auf einem Stuhl. Dazu musst du die Bauchmuskeln kräftig anspannen. Damit du gut das Gleichgewicht halten kannst. Und jetzt auch Richtungswechsel. Fühlt sich zu Beginn etwas komisch an. Ich halte mich fest. Wenn du mehr willst, kannst du natürlich auch loslassen. Und wieder kurz auslockern. Wir kommen dann zur nächsten Übung wieder hoch. Wir schwingen wieder die Beine. Diesmal seitlich. Diesmal seitlich. Du kannst du auch auf die Zehenspitzen bei dieser Übung gehen. Einatmen. Ausatmen. Dann auf die andere Seite wechseln. Auch ziehen Wiederholungen. Mit etwas mehr Flexibilität kannst du das Bein auch langsam strecken. Und mit jedem Mal versuche das Bein noch etwas höher zu bringen. Als nächstes setzen wir uns wieder auf den Stuhl und ziehen die Beine möglichst eng an den Oberkörper, an die Brust. Und jetzt strecken wir abwechselnd das linke und das rechte Bein nach oben vorne aus. Immer schön durchgedrückt ausstrecken. Und dann wieder anziehen. Im Wechsel. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Schön durchstrecken. Noch zweimal auf beiden Seiten. Und geschafft. Als nächstes legen wir uns auf den Boden. In die Rückenlage. Und versuche, dass du, wenn du die Füße auf der Stuhlfläche hast, dass circa die Knie über den Hüften sind. Also in etwa 90 Grad. Und nun heben wir mit dem Ausatmen die Hüften nach oben. Einatmen tief. Ausatmen. Nach oben drücken. Versuche, möglichst eine Linie zu bilden. Von den Schultern weg bis zu den Knien. Einatmen tief. Ausatmen. Nach oben drücken. Po entspannen, wenn du oben bist. Weiter so noch zweimal. Du schaffst das. Noch einmal. Einatmen tief. Ausatmen. Nach oben drücken. Super. Für eine kurze Massage die Knie Richtung Oberkörper ziehen. Und den unteren Rücken massieren. Wir wiederholen die Übung noch einmal. Entweder wieder in diesen Winkel. Oder für die, die heute motiviert sind. Versuche, noch etwas weiter wegzugehen vom Stuhl. Sodass deine Füße gestreckt sind. Und die Ferse auf der Stuhlfläche ist. Und wir kommen wieder mit dem Becken tief. Und hoch. Und hier wieder versuchen wir eine Linie zu machen. Jetzt von den Schultern weg bis zu den Zehenspitzen. Wieder möglichst hoch. Einatmen tief. Ausatmen hoch. Eine anstrengende, aber sehr effektive Übung. Super. Noch einmal. Und wieder kurz entspannen. Knie fest Richtung Brustrücken. Und in kleinen Kreisen den unteren Rücken massieren. Die nächste Übung festigt vor allem die Oberschenkel. Und jetzt versuchst du mit den Beinen quasi den Stuhl zusammenzuquetschen. Also du willst beide Beine zusammenbringen. Mit jedem ausatmen, versuchst du noch mal, noch mehr die Beine zusammenzudrücken. Also den Stuhl zusammenzuquetschen. Kontrolliert atmen. Und wieder lösen. Super. Die nächste Übung trainiert wieder mehr den Bauch. Dazu legen wir die Fersen auf die Stuhlkante ab. Also wir stützen uns ab. Die Arme strecken wir nach hinten. Und dann kommen wir möglichst mit Schwung nach oben. Die Finger wollen die Zehenspitzen berühren. Einatmen, wir kommen tief. Ausatmen, wieder nach oben rollen. Also denk vor allem an die Wirbelsäule. Schön gleichmäßig abrollen. Immer in beide Richtungen. Nach oben und nach unten. Ausatmen, die kommen nach oben. Einatmen, nach unten. Super, noch zweimal. Du schaffst das. Einatmen, noch mal zurück. Und ausatmen. Schön nach oben kommen. Wir kommen wieder nach unten. Und strecken uns kurz durch. Die nächste Übung ist wieder mehr für die Beine gedacht. Dazu rückst du deinen Stuhl möglichst nah zum Gesäß. Für einen guten Stand hältst du am besten gleich die Stuhlbeine. Und jetzt kommst du mit dem Gesäß nach oben. Also die Hüften drücken nach oben. Ganz kleine Tipps. Und wir wechseln auf die andere Seite. Das andere Bein entweder gestreckt halten oder gebeugt. Immer gut gleichmäßig atmen. Wenn du diese Übung machst, merkst du, denke ich, auch sofort, was wir trainieren. Als nächstes machen wir wieder eine Art isometrische Übung. 90 Grad möglichst. Und jetzt drücken wir mit größtmöglicher Kraft die Sitzfläche mit unseren Unterschenkeln nach unten. So richtig nach unten drücken. Hier wieder die Atmung soll dich unterstützen. Für kräftige Beine. Und wieder lösen. Super. So, nun kommen wir zur vorletzten Übung. Bevor es dann in den Cooldown geht. Am Rücken liegen, greife die Stuhlbeine. Mit dem nächsten Ausatmen streckst du deine Beine über den Kopf. Und die Zehenspitzen greifen eine Sprosse der Stuhllehne. Dies ist auch gut für den Bauch, für die Hüften. Versuche dabei die Knie schön durchzudrücken. Und atme bewusst ein und aus. Schicke den Sauerstoff immer dorthin, wo es zwickt, in den Rücken. Und dann mit dem Einatmen wieder lösen. Und dann ganz langsam die Beine kontrolliert absenken. Super. So, die letzte Übung folgt. Und jetzt drücken wir in dieser Position mit den Händen kräftig die Stuhlbeine nach unten. Auch hier wieder denke, die Atmung unterstützt dich bei dieser Übung. Einatmen, ausatmen. Nochmal kräftig Richtung Boden drücken. Noch ein paar Sekunden. Während der restliche Körper ganz entspannt auf der Matte liegt am Boden. Und wieder lösen. Super. Für unsere Dehnungssequenz beginnen wir auf dem Stuhl. Wir setzen uns jetzt verdienterweise nieder. Und wir atmen ein. Strecken uns nochmal Richtung Decke. Machen uns ganz groß. Bringen die Schulter nach unten. Dann strecken wir die Arme nach oben. Einatmen, ausatmen. Wir drehen uns auf eine Seite. Wieder einatmen Richtung Decke strecken. Ausatmen, auf die andere Seite. Blicke die Möbeli Schulter. Noch zweimal auf beiden Seiten. Schön strecken. Und drehen. Einatmen. Auch schön die Schulter nach oben strecken. Und beim Ausatmen. Und beim Ausatmen möglichst weit nach hinten drehen. Nochmal. Auf der rechten Seite. Einatmen, strecken. Ausatmen, auf die andere Seite drehen. Jetzt mobilisieren wir nochmals den Rücken. Einatmen, wir kommen hoch und ausatmen, nach unten beugen. Versuche dir eine Welle oder ein Blatt im Wind vorzustellen. Und wirklich auch der Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule. Wie eine Welle kommst du nach oben und nach unten. Wir kommen wieder in den aufrechten Sitz. Eine Hand umfasst das andere Handgelenk. Und zieht den ganzen Arm nach unten. Und das Ganze auf der anderen Seite. Der Blick geht schräg nach unten. Und wieder lösen. Super. Wir bringen noch abwechselnd das linke und das rechte Knie Richtung Oberkörper. Ruhig atmen. Und die Dehnung genießen. Immer sanft zum Körpersein. Noch nicht zu zwingen, auch wenn du anfangs noch nicht so flexibel bist. Wir strecken uns nochmals Richtung Decke. Und jetzt versuche wieder mit den Händen, dich mitsamt dem Stuhl anzuheben. Und dann wieder lösen. Super. Nun ziehen wir kräftig die Schultern Richtung Ohren und lassen sie wieder sinken. Noch einmal einatmen, Schultern hochziehen. Und ausatmen, fallen lassen. Super. Du hast das Workout geschafft. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt. Hinterlasse mir eine Nachricht oder gib mir ein Like. Oder teile mich noch besser mit deinen Freunden. Tschüss, danke. Bis zum nächsten Mal.